Und jetzt haben wir zu diesen Schwestern. Ach, hör auf, wir müssen üben. Jetzt können die Kiste. Okay. Du, sag mal, wie hießen diese Schwestern nochmal? Die Blütenschwestern, Mr. Udini. Wo ist Ihr Bruder? Du, wo ist die zweite Blütenschwester? Sie ist in meinem Charmium's Zinn. 50 Cent, um mit einem geliebten Verbrüchen in Kontakt zu treten. Ein Dollar, wenn der Kontakt hergestellt wird. Spiritueller Humbug. Ich war schon zweimal da. Sie hat den Kontakt zu meinem Wellensittich hergestellt, den ich hatte, als ich zehn war. Ich sollte dafür wohl einen Nachweis, wenn man in das wascht. Ich war ja schließlich keine Person, sondern ein Graustier. In der Tat. Nein. Sie sind... ...so was von beweglich. Oh, wie schön. Mein Name ist Beatrice Renier. Und würde ich Sie gerne Bess nennen, denn? Nein. Um ehrlich zu sein, würde ich Sie gerne nennen, Mrs. Udini. Und um ehrlich zu sein, überrascht mich Ihr Angebot ein wenig. Und ich würde es gerne noch einmal überdenken, Mr. Udini. Was bedeutet, dass die zukünftige Mrs. Udini weiß, dass sie in dieser Angelegenheit nicht zu viel zu bilden hat. Und ich würde es gerne nennen, dass sie in dieser Angelegenheit nicht zu viel zu bilden hat. Und ich würde es gerne nennen, dass sie in dieser Angelegenheit nicht zu viel zu bilden hat. Wir haben nur ein kleines Zelt mit läuft, enthellen Farben und nassen im Verschlag, für jede frate Sanz und Schaum. Und ich würde es gerne nennen, dass sie in dieser Angelegenheit nicht zu viel zu bilden hat. Und ich würde es gerne nennen, dass sie in dieser Angelegenheit nicht zu bilden hat. Und ich würde es gerne nennen, dass sie in dieser Angelegenheit nicht zu bilden hat. Da das alles ziemlich überraschend kommt, hätte ich keine Zeit mehr unbedingt zum Aufliegen. Aber ich möchte, dass du diesen Schlüssel bei dir trägst. Mit ihm kannst du jedes erdenkliche Schloss eröffnen. Deine Zeit sieht sehr einladend aus. Mit ein paar elektrischen Effekten würde es allerdings noch etwas mehr hermachen. Der Schlüssel ist. Ich möchte, dass du jederzeit an einer Tüte auf den Hals bringst. Man kann nie wissen, wann du jeden in unserem gemeinsamen Leben brauchen könntest. Die Welt dreht sich weiter. Ich weiß, du bleibst an der Tüte auf den Hals bringst. Und ich möchte, dass du jeden in unserem gemeinsamen Leben brauchen könntest. Und ich möchte, dass du jeden in unserem gemeinsamen Leben brauchen könntest. und ich möchte, dass du jeden in unserem gemeinsamen Leben brauchen könntest. Und ich möchte, dass du jeden in unserem gemeinsamen Leben brauchen könntest. Applaus